Die Bauernsternfahrt, die Bauernsternfahrt, die geht nach Berlin. Also wir stehen jetzt da vor dem Milchwerk von Müllermilch in Lepersdorf. Und Müllermilch hat ja da eine gigantische Molkerei, die größte Molkerei Europas vor den Toren Sachsens. Und wir hätten einfach an die Bundeskanzlerin die Nachricht, bitte keine solche großen Molkereien mehr. Wir brauchen das nicht. Wir Bauern haben bei diesen großen Molkereien nichts mehr zu sagen. Genauso als wie die kleinen Molkereien, die alle leiden unter dem Diktat dieser großen Molkereien. Wir brauchen keine Globalisierung mehr, sondern wir brauchen endlich wieder eine Regionalisierung. Frau Bundeskanzlerin, Sie müssen die kleineren Strukturen fördern und nicht die gigantischen Großprojekte. Liebe Frau Kanzlerin, wir sind wieder einmal unterwegs, um Ihnen deutlich zu machen, dass die Agrarpolitik gescheitert ist. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, damals an Ihrem Geburtstag, haben wir Sie schon darauf aufmerksam gemacht, wo die Probleme liegen. Die Agrarpolitik ist gescheitert. Wir sagen Nein zu einer falschen Förderpolitik. Wir sagen Nein zur Gentechnik. Wir sagen Nein zur Vernichtung bäuerlicher Existenzen. Schau, 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 schau wie die Sonne scheint. Ich stehe still und her bin der Feind. Die Regenwolke spricht vom Begießen der Wiesen. Sagt alles soll fließen, alles soll fließen. Und den Tag ist nicht...